Herzlich Willkommen zurück, Leute! Call of Duty WW2 Public mit Shigo Items und Alex. Das klang sehr traurig bei Alex. Heute im Ardenus Forest. Ja, wir spielen nochmal den Garant, weil ich jetzt alle Waffen aufsetze habe, damit der sich auch richtig lohnt. Was ist denn der Garant? Oh, hier alle Waffenwechseltricks mit Mausrad. Sieht super geil aus in Schwarz-Weiß. Das geht irgendwie gar nicht. Wackeln, wackeln. Ich glaube, ich habe das umgelegt von der Mausrad weg. Hardpoint übrigens. Das erste ist Cave hinten links. Ach ja, um Gottes Willen. Neue Stellung, ausrücken! Bewege dich! Wo sollen sie da sonst hin? Stellung abgeriegelt! Wer ist denn da im Weg, verdammte Scheiße? Mein Gott! Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Alex hat Gefühle! Alex hat Gefühle! Alex hat Gefühle! Ich wurde bestätigt mit dem schlechten Gefühl. Einer von hinten mit dem Messer. Oh nein, wir nicht! Was? Infontrieren wir uns vor! Oh! Ah! Stop it! Ah! Und dann MG, oder? Ähm, MG auch, ja. Die Stellung wird überrannt! Brauchen Verstärkung! Da kommen drei Leute gleichzeitig reingerutscht. Aus unserer Ex-Base sozusagen kommen sie. Ja, die sind geschwommen. Da haben wir mehr drin gewesen. Weggekommen. Oh! Hä? Die gehen lieber auf Team Deathmatch, das Ding einzunehmen? Das ist doch gut für uns! Das ist doch gut für uns! Nein, nein! Lol, der hat die Sticky an sich selber angeklebt! Der ist dann zu dir gerannt. Ja! Ja! Komm, die Katze! Hey, nicht, nein! Eine Sekunde noch, neuer Hardpoint! Hab ich schon! Hehehe! Aha! Jetzt spielen wir das Spiel sowieso! Jetzt campen wir die ab! Jo, dann werf ich mal was! Ich bleib mal hier stehen! Oh! Da ist ein Schaufel-Tipp! Oh! Ey, guck mal an! Wer klopft denn meine Kills? Wieso die Granaten? WTF? Wieso? Nein, sie nehmen sie an! Ich Stellung überrannt! Brauchen Verstärkung! Der ist abgeworfen! Zur Tierabwuchszone! Oh! Die Nate trifft! Dann trifft die Nate halt nicht anscheinend! Okay! Huch! Dann ist das halt so! Uh! Carpetbombing! Ah! Das war ich! Das hat ja angehört wie im Krieg! Prinz, ex! Haben wir den Spottner? Nein! Ne, ich wurde geneifed schon wieder! Die Knife ist down! Die Stellung ist ein feines Hack! Ja! Nein! Jetzt! Oh Gott! Ja! Es ist schon spät! Ich muss... Oh Gott! Die nächste Stellung in der Base! Wieso wärst du wieder geneifed? Das ist unsere Base mittlerweile! Wir hatten schworen! Wir hatten Swap aus unserer Base jetzt! Ich hab ihn! Flächenbomber, die ungestaltet! Alarm! Hört ihr das, Alter? Alarm! Das ist der King! Alarm! Hol das! Die Bombe! King Dingeling holt ein Bomber! Ja! Junge! Wack, 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 wack! Der erste Bomber war erstmal nur zum Einschüchter! Okay! Nur damit sie wissen, wo sie ranse sind, sagste! Alarm! Guck mal, die lassen die Hardware in kompletten Ruhe jetzt! Das ist ja lustig! Ne, die lassen die nicht in Ruhe! Weißt du, wo die gerade halt gerade gekillt werden? Ich bleib hier jetzt nicht mehr stehen, so! Nein! Ah! Von hinten, von hinten, von hinten! Ja, von hinten! Ah, ja! Gott, zu spät entdeckt! Die Stellung wird überrannt! Rauch! 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 Mist! Die im Punkt! Hey! Oh, oh! Wo sind wir denn? Autsch! Der hat nämlich der Schauke! Oh! Oh! Slowgermint ist gemein! Ist ja interessant! Wieso wir denn? Alter! Ich seh nix mehr! Da kommt ein Fleischer, Leute! Eine Killstreak nach der anderen! Wer mit? Warum hast du die? Wo hast du die her? Ich hole immer Kisten! Hä? Hast du Kisten? Ja, wenn du ne Killstreak hast, kannst du ne Kisten! Holy Darm! Tritten die Abwurfzone! Ich seh nix mehr! Höre mal auf mit der Scheiße! Ich hole sogar grad ne neue Kiste! Alter, darf ich jetzt gut auch mal was killen? Ich krieg dir gar nix! Oh! Jetzt wird er auch mit dem Gewackel! Mann ey! Oh! Da weißt du, jetzt kommt der Fritz! Fritz-X-Bumme wird abgeworfen! Warte! Unter der Brücke will er sich verstecken! Hahaha! Ich leg ihn jetzt hin! Und mir soll jetzt anderen in den Schuss reinlaufen! Ich hab jetzt keine Lust mehr, hier den Gegner hinterher zu rennen! Fritz-X! Mein Freund braucht Hilfe dahin! Neue Stellung! Ausrücken! Neue Stellung! Wohin? Stein! Okay! Hilfe wieder! Oh ja! Okay! Au! Du musst mir viel Spaß gemacht! Oh, da steht er nach dem Geschütz! Schnettnetz! Ja, der ist weg! Die Stellung ist in unseren Händen! Ich bin on point! Leute! Alex! Oh! Oh! Warum haust du mich denn? Au! Oh! Ich kann meine Maus nicht mehr bewegen, das ist zu langsam alles! Meiner! Oh! Oh ne Karten! 70 zu 13! Oh! Zu 13? Au! Wer hat sich nicht geholfen? Hey! Heute ist wieder der Wurm drin, ich sag's euch! Der Feind hält die Stellung! Ähm! Kann ja einer den am, im Geh in der Luft haben? Warte, mach ich! 3, 2, 1! Ich bin tot! Die ist alles groß! Oh! Jetzt fällt doch auch mit dem Gewackel! Das gibt es doch gar nicht! Aber ich mach jetzt MG gegen MG! Ich krieg das hin! 3, 2, 1! Attacke! Feindliches Spionage ab dem Flugzeug entdeckt! Position der Stellung bestätigt! Wo sind wir denn? Bisschen wie Klonkrieger! Der Feind hält die Stellung! Danach kam der Panzer, ne? Feindlicher Artilleriebeschuss! In Deckung! Ah! Wo kommt der? Bitte! Ah! Geht doch! Ah! Natürlich auch die Schwachen, ja! Stab ihn! Es wackelt ja immer noch! Jetzt... Die Stellung ist in unseren Händen! Der ist wieder weggeflogen, ist der Typ! Das war ja voll geil! Die Stellung wird überrannt! Brauchen Verstärkung! Die Stellung wird überrannt! Brauchen Verstärkung! Das war das hier! Ich hab' das hier gesagt! Oh Gott! So jetzt nochmal der Tank! Ne der Bunker! Ich hab' den Bomben gejagt! Ich hab' den Bomben gejagt! Ich hab' den Bomben gejagt! Das gibt's nicht! Ich hab' den Bomben gejagt! 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 Selbst wenn er nicht selber im Krieg war! Alter! Ich muss ihn die ganze Zeit durchspringen! Von diesen Granaten weg! Ja! Alter! Bam! 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 Das ist kein Airstrike! Gut gekämmt! Das war ein wichtiger Tag! Jo! Oh! 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 Und jetzt direkt der Flick! Voll daneben Flick! Nix! Alter! Vor die Kliefscheiben rausgeschossen! Dir nehm' ich die Fähigkeit zu laufen! Also wieder ein schönes Public-Grünchen! Und wenn's euch gefallen hat, ist dir ein Like da! Schaut bei Alan vorbei! Oh! Und dann bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!